Hey liebe Leute was geht? Hier ist der Olli von BeGeekTV und ich habe heute eine ganz große Aufgabe für euch und zwar müsst ihr alle für uns voten und zwar jetzt nicht für BeGeekTV, aber für nerdlich.org, unsere tolle Partnerseite im Internet. Wir sind nominiert worden für den deutschen Pantastikpreis 2015 in der Kategorie beste Internetseite. Wie ihr jetzt für uns voten kommt, erfahrt ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn wir es schaffen zu gewinnen mit eurer Hilfe, dann trete ich nicht nur auf der Verleihung im feinen Anzug auf, sondern der Bart kommt ab. Also fleißig voten, wenn ihr wollt, dass ihr mich mal ohne Bart in den Videos sieht und natürlich im feinen Zwirn auf der Verleihung. Deswegen jetzt bitte voten, hier unten steht alles. Ich gebe euch schon mal einen Daumen nach oben dafür, wenn ihr das macht. Also haut rein Jungs, stay geek und have fun this week.